Ich kann kotzen. Boah, und da oben auch noch einer. Ist richtig. Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Heute mal wieder zu einem kleinen Team-Deathmatch in COD auf Hunted. Hallo. Hallo. Du kannst nix. Du erst recht nicht. Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich wirklich sehen. Ich mach mich schon mal darauf gefasst, wieder hochzuladen. Ja, mach dich drauf gefasst. Aber mit dem hast du eh schon abgeschlossen gehabt, wie Ninjas da geschrieben hat. Ey, ich bin eigentlich gar nicht da. So, komm. Schneller. Oh Gott. Was? Ihr werdet schon geholt. Ich bin noch im Ladebalken. What? Ja, ich hatte beim ersten Tod, hatte ich noch ein paar Lags. Jetzt auch wieder. Keine Ahnung, was da los ist. Ah, ich hab wieder mal ein paar Lags. Hab dich gerecht. Ohne Moment. Das dauert noch ein bisschen. Ah. Jetzt läuft es sich ein. Dauert immer ein bisschen. Ich hab wieder rausgetappt. Ah. 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 Ah, wer hat die Sniper auf mich? Nein! Da werde ich nur siebt mit Lags. So, jetzt dürt's aber besser laufen, oder? Ja. Jetzt haben wir's. Und da ganz hinten hüpft die ganze Zeit einer Und will mich hier abverkommen Oh, wäre ich da bloß drinnen stehen geblieben, ey, Mann Ja, der hat wieder Quickscope, Mann Oh, was anderes gibt bei dem nicht Das war gerade so drauf gesprayt, irgendwie Oh, okay, der ziel sogar wirklich Ich gehe oben rum lang Sollte die Klasse ändern Ich habe die Razorback immer noch ohne ziel Boah, im Wasser drin ist einer fresh Ziel und allet Keine Ahnung, die will ich irgendwie levelen Boah, shit Nix da Boah, jedes Mal, wenn auf mich geschossen wird, habe ich Legs Was? Ja, ich Oh, wer blockt denn da? MG, geh doch vorbei Die sind schon im Haus wieder MG, mach die Tür durch, deine Ja, gern doch Für dich doch immer Was war das denn jetzt? Seid ihr in der Sprengfalle? Da hüpft immer einer hinten, ja? Ja, ja, der, der Ach, das ist doch nicht mehr normal Ach, Gott Ach komm, ich habe den Stein gefistet I've fisted the stone Oh, wie ich den geholt habe Nice Hinter uns, oh fuck Ah, da hinten dürften irgendwo zwei sein Ah, shit Ich habe ihn gesehen, aber Er hat sich da schnell verdünnisiert Ey, der schießt hier durch die Wand durch Alter Das gibt es nicht Alter, ich habe noch keinen Kill Boah, ah Gott Und ich bin so dumm und rin da rein Okay Verbündete Drohne nähert sich Oh, hinter Nein, da war noch einer Hab ihn Achtung, feindliche Bindschlags Nein Wo? Ich tauch Nein Ich tauch hinter Alex Und ihn erwischt es nicht, aber mich schon Gar nicht drauf gedacht Dürfte ich mal echt einen holen Schon fast traurig, was ich hier abliefer Ja, der hat genau gesehen, dass ich da aus dem Wasserhaut komme, oder was? Ah, fuck, warum lade ich nahe So ein scheiß Lappen, ey Dann stirbt der noch nicht mal Ach, komm Hab den, hab den da rein Ich habe noch nicht einen einzigen Kill Ich auch nicht Na komm im Club Na komm Es gibt's ja nicht Ja, nee, das gibt's auch nicht 5-9 Ich habe auch So und wieder tot Bin ich dabei Die sind Dreckscheater, ey Echt Das sind keine Cheater, die spielen nur wahnsinnig gut Ach, komm Was heißt hier? Und schon wieder Oh, scheiße Ich habe nur mit meinen Legs zu kämpfen Ja, und ich spiele hier anscheinend mit Wattebäuschen als Kugeln, oder was? Ja, ich habe einen Kill Servus Und ich bin schon wieder tot Ich habe Ey Ach, come on 0-11 Ja, ja Ist super Und ich bin schon wieder gleich tot Boah, war das knapp Fuck Die Runde holen wir, glaube ich, nach Achso, das gibt es rein Ach Feindliche Drohne gesichtet Flash macht die Drohne, oder wie? Ja Sauber Das ist unglaublich Jetzt habe ich einen Kill Fässig oben Ich war noch nicht drin, das gibt es nicht Oh, schade Endlich mal wieder einen Kill Nix da Ah, shit Da war noch einer Hey, der hat sich überholt mich schon wieder Ja Ist ja gerade dein Brutzler Ach, come on Ach, scheiße Ach, komm, da stehen zwei Sniper hinten Jo Ich könnte kotzen Verteidigungssysteme online Boah, und da oben auch noch einer Ist richtig Der sieht nicht, natürlich Ja Spawn hinten Ja GG Ich habe den Reiniger weggeschmissen Sauber Hast du gut gemacht, Fresh Kriegst einen Keks Ist richtig Ich lag aber auch gerade so kacke bei mir irgendwie Die ganze Zeit Ach Boah Ich weiß warum Joa, ist richtig Hast du H1 noch offen? Vermutlich, ich vermute Kann gut sein, ja Das geht ja nie komplett aus, die kacke Oh shit Oh shit Das war knapp Das war knapp Ja, das sowieso Ach komm, den zweiten Sniper hole ich nicht Geht doch endlich mal wieder ein Kill Ich versuche wieder hinten rum zu laufen Oh Mist Wenn ich die Sniper hole, die zwei Nein, nicht runterfallen Ach nö Na gut, wenn man schon ein Scheiß-Game hat, dann läuft es extrem beschiss Das ist eine herbe Enttäuschung Ach so bei Eifi, bei Eifi läuft es Ja, bei mir im Moment läuft es Einigermaßen Nicht rückwärts und gegen die Wand So wie beim Rest des Teams Schwebeladung bereit zum Start Schwebeladung Wieso falle ich hier schon wieder runter? Nein Ne, H1 Z1 ist aus in der Tat Okay Gehst du jetzt davon aus, dass Eifi hier hochlädt, oder wie? Hast du deswegen rausgeguckt? Ja, ich lad das Gelänge nicht hoch Ja, bei mir ist eigentlich ganz okay Reiniger ausgeschaltet Sauber Ja, ist ja doch nicht ganz so blamabel geworden, wie ich dachte Ja, ey, komm Ich halte die ganze Zeit auf diesen scheiß Oxygen-Tüten drauf Wer überlebt das alles, oder wie? Okay Wo spawnen denn die gerade? Keine Ahnung, ich habe Reiniger ausgeschaltet Okay Dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde Bis gleich Komm her, wenn du brennen willst Eine Menge Schaden Wow Das war so Da kann man drauf Scheißdreck Wobei mein Raps hier gestern bestimmt 20 Kills gemacht hat Wo ich nur dachte so, okay Alles klar Ah, die Runde läuft viel besser Ja, weiter geht's Zweite Runde Diesmal Stronghold Ne neue Lobby Und wir versuchen Genoben Besserung Oh, direkt ein Headshot getroffen Da lässt sich keiner blicken Hi Fresh Wer kommt denn da ein Stein vor und sieht mich direkt, ey Das ist Toll Wow, da kommt zwei hoch Oder auch nicht Wir gehen wieder Haben keine Lust Ja, die haben nur hochgeguckt Haben mich weggemacht Und sind wieder weg Mist von hinten Wo ist hier jemand? Hat von hinten Verbündete Vorräte nähern sich Er hat schon wieder Vorräte already Ich hab auch 4-1 können Alter Elefant im Porzellanladen ist gerade ein Scheißdreck gegen mich Na, du es ist Das gibt's noch nicht Ich glaube, die kommen von rechts Ja 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 Ja, du es ist Natsal, glaube ich, abgesperrt Alter, Abstauber Mist Ich lauf mal Alex hinterher Und MG Die VMP ist voll okay Die VMP ist voll okay Aber nur, weil sich das Reim verdreißt Und alles, was sich heimt, ist gut Selberes Abschluss Oh, hinter uns Ja, da lebt er immer noch Ja, lebt noch Ja, er lebt noch Ah, fuck Fresh wird erster Achso, ein Atze Keine Ahnung Du sahst aus wie ein Gegner So, komm schon Ah Bischof Wo ist hier jemand? Ich seh keinen Sniper-Plattform hinten war einer Ah, Drohne Das ist aber nice So Ups Haben die jetzt geblendet oder nicht? Ah, fuck Ja, hunderbar Ja, komm Ja, das gibt's doch nicht Nein, fuck Die stehen auf einem fucking Haufen Ja, ich hab auch fast beruhigt Ja, ich hab auch fast beruhigt Ist auch super Auch schon wieder frei Verbündete Vorräte nähern sich Vorräte schon wieder bereit Fuck Kontertrauner Deren Ernst Das gibt's nicht Nur Assists Ja, das war ich Ja, alter Wie schnell schießt der denn noch? Wie schnell wie er Bock hat Ey Da sind drei oben Oh, grad so genete Gerüstung noch Aber momentan läuft's, ne? Ah, fuck Wow, wow Nein Alex röstet mal ein wenig Alex röstet? Was gibt's denn feines? Knusprig hab ich grad gekriegt Knusprig Ein Lacker Knusprig geröstet Das ist mir das Liebste Okay Geil wie mich der Granatwerfer geholt hat Mist, ich hab ihn noch getroffen Ja, leider nicht holen kann Yes, ich hab ihn So, ich hab Granatwerfer am Start Ja, mach das Mist Gibt's ja nicht Nein, nein, nein Ich geb dir Deckung Ich bin hier Fuck Geist Hast du Geist? Ja Du hättest aber ruhig Bescheid geben können Dass ich neu würfeln soll Dann hätt ich direkt ein neu gewürfen Ja, ich hab's irgendwie noch nicht freigestaltet Ja, come on Fuck Na, das wird los Geist weg So, was? Geist haben wir wieder am Start Mhm Scheiße Ach komm Geist hört sich nicht mehr so fit an Ja, das geht schon Das läuft Ah, der macht noch ein bisschen was Das ist super Das ist super Wow, da krieg ich nur Assist Ah, fresh flambiert Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr? Bist du weggefrutzelt worden? Neh Waren vorbei Verbündete Vorräte nähern sich 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 Verräten sind vernichtet Bist du vermagst Verteidigungssysteme online Bist du schade? Oh, jetzt ist der Geist kaputt Schade Bedrohung neutralität Bist du schwindeln? Bist du schwindeln? Lenkladung startet Ah, Shit Verbündeter Wächter ein Holt er mich besitzt Sniper, Mensch! Ach, come on! Alles klar, da haben wir drückter Helleys mit dem Team. Wow, hinter uns. Nein! War ja ein Gegner, Entschuldigung. Was heißt, Entschuldigung? Artillerie-Batterie zerstört. Boah, das war so Glück jetzt. Ja, ist klar, ey. Ich war schon längst hinter der Mauer verschwunden. Yes! Alles bereit! Ich hatte auch alles bereit gerade. Jetzt hätte ich gerne noch was geiles aus der Kiste. Geister, da kommt jemand und holt die Kiste. Geh um! Egal wer, darfst du ziehen gehören. Soll ich neu würfeln? Ja, bitte. Ah, der hat die genommen! Fuck! Ja, aber die Konterdrohne kann er haben. Die Konterdrohne kann er haben. Die Konterdrohne kann er haben. Ein Wahnsinn! Oh Mann! Aber Eifi hat ja trotzdem eine gute KD. Jetzt schon? Ja! Wieso, Fresh? Guckt jemand deine Dinge an? Ja, ich wollte die erste Runde leider nicht aufnehmen. Ja, der hat er weggeworfen. Okay, wir sagen Tschau und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schau den Infokarte oder bei den Privatkanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschau!